Hey so und konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Let's Play Zelda Majora's Mask und wir befinden uns im Sumpf-Info-Center. Ich habe nochmal Odolver besiegt, damit wir hier mit Kume dieses komische Special-Ding machen können und ich habe das Foto nochmal geholt. Und jetzt will ich mir Herzteile erstmal holen, bevor wir in den nächsten Dungeon oder Tempel oder wie auch immer gehen. Ja, 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 ja. Komm, komm, komm. Ich sage es nur ungern, aber wenn du hier bist, wo mir ein Bild ist... Moment, 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 Moment. Heißt das, wir können dem nur dann ein Bild geben, wenn der Sumpf giftig ist? Boah, ey. Ja, dann mache ich das irgendwann mal. Ja, sieht so aus, als wäre der Sumpf entgiftet worden. Warum probierst du nicht etwas Interessantes aus? Ein Spielchen gefällig. Ja, mit dem Bogen. Na klar. So, das ist so ein... Du zielst nicht auf mich, sondern auf das Ziel. Triff mich und ich werde richtig sauer. Mhm. Bogenschießwettbewerb. Ich muss 15 Punkte... Ne, 19 Punkte Minimum machen. Ach so, okay. Äh. Das ist... Nicht so einfach. Ey, wieso? Das ist... Fies jetzt. Richtig... Wow. Ey. Äh. Äh. Das ist spaßig. Das macht Spaß gerade. Nicht wirklich. Aha. Wo ist er? Da ist er. Boah, das ist schwer. Mit so einem Gamepad. Ich habe doch getroffen. So, jetzt. Liegt nicht so tief. Tief. Wahrscheinlich würde sie mir sogar noch einen Punkt abziehen, weil ich sie getroffen habe. Äh. Ah. 13. Ups. Zweimal. Ne, toll. Danke. Ne, toll. Ich habe mich voll erwischt. 20. Nicht übel, wenn man bedenkt. Nun gut, wie versprochen. Wow. Wir haben es beim ersten Versuch geschafft. Du hast ein Herzeige gefunden. Du hast bereits zwei Teile eingesammelt. Finde zwei weitere. Gut. Das will ich mir einmal ganz kurz. Und ich dachte, die wird sauer, weil ich sie zweimal abgeballert habe. Vollidiot. So, es gibt noch was. Moment. Okay. Und ich habe den Text nicht ganz richtig hier zu sehen. Und ich habe den Text nicht ganz richtig hier zu sehen. Aber. Und ich sage es mal. Laut meiner Information kann man an den Baum hochklettern. Komm her. Nein, du nicht. Du nicht. Autsch. Ah, da. Da kann man. Ähm. Na gut. Ey, das ist so fies, ne? Dann baller ich dir halt so ab. Lass mich in Ruhe. Dann ziele ich so. Nochmal. Lass mich in Ruhe. So, jetzt kann ich da hoch, mir das Herzteil dort holen. Eigentlich. Oh, jetzt will ich es mal kurz hier sehen. Ähm. Zack. So, uns fehlt noch eins. Noch ein Herzteil. Ähm. Aber für dieses werde ich Bomben brauchen. Die bekomme ich hier nicht so einfach. Was haben wir eigentlich dort? Wir gucken mal, was wir hier haben. Na, wir haben hier zum Sumpfschießstand. Wollen wir mal zum Sumpfschießstand rüber. Gucken, was es da so gibt. Ha. So, ähm. Ähm. Bitte bedienen Sie sich an unserem frischen Quellwasser. Ja, okay. Mach ich irgendwann mal. Wir wollen gucken, was wir hier haben. Denk ich. Ähm. Was ist da? Da oben haben wir einen Geparden. Sieht komisch aus. Hey, Glena. Alles klar? Willst du mal spielen? Ein Spiel kostet zwei Schrubin. Na klar. Spiel wir doch mal. Die Regeln sind einfach. Siehst du, das Ziel dort? Da musst du drauf schießen. Aber ordentlich treffe, meine ich. Wenn du nicht richtig mit den Stick Seals triffst, du triffst überhaupt nicht. Hast du verstanden, Glena? Ähm. Ich finde denstreff, Du und ich occupational Бог machte. Ich he College an rückwärts. Icheche die Bezieherin. Vielen Dank. Ah! Ja, komm. Ha! Noch erwischt. Von wo, von wo kommt der? Ha! Was? Okay, 1550 ist schlecht, meint er also. In dem Spiel werde ich kein Highscorer mehr. Da bin ich jetzt schon sicher. Der Versuch ist schon deutlich besser. Boah, ne. Wahrscheinlich muss ich 2000 Punkte oder so machen. Ich versuch's noch einmal und dann lass ich's. Ja, komm. So. Wo ist er, da ist er. Boah, jetzt treff ich gar nix. Wo seid ihr? Ja. Nein. Boah, jetzt bin ich sogar noch schlechter. Mua. 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 Grad war ich so gut und jetzt bin ich so schlecht. Mist. Aber irgendwie packt's grad mein Ehrgeiz, das zu schaffen. Ja, komm. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich bin so einer, wenn... Ich krieg das hin. Einmal. Zweimal. Wo sind die Vögel? Da sind sie. Och. Na, jetzt. Du. Sögel. Da. Vögel... Und... Na komm... Wieso bin ich jetzt schon wieder so schlecht? Ich hab doch... Was? Zur Hölle, was hab ich jetzt anders gemacht? Boah... Oh... Oh... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, wasser? Ja komm hoch Das kann man so lassen, perfekt, das ist die kleine Oh thank god der große Köcher, 40 Pfeile Hey du, sag deinen Freunden, wenn sie wollen, können sie kommen Wow Gott ey, Schießbude, das war ja was Gut dann würde ich sagen, das war euer Kerl nun mit Let's play Zelda Majora's Mask Bis zum nächsten Mal Wenn ich jetzt dumme Foto habe Ciao Entschuldigung für den Schrei gerade